guten morgen und willkommen zum ihren gemarke jetzt morning call die aktienmärkte zeigen sich aktuell sehr stark und anstatt einer herbstkorrektur haben wir aktuell eine herbst rallye vorliegen wir werden sehen wie lange diese dauert und ob diese sich möglicherweise doch noch länger als erwartet fortsetzen kann gut und wir beginnen direkt mit dem dax im hier vorliegenden vier stunden start wir konnten die lage weiterhin auffällen am vortag und hier über den 50er ema nicht nur ansteigen sondern den 50er ema dann auch weitgehend verteidigen wenigstens bis handelsende konnten wir dann im bereich von 18.560 punkte notieren und damit auch den unterstützungsbereich bei 18.500 punkten verteidigen aktuell sieht es so aus dass wir hier eine seitwärtsphase durchführen und eine konsolidierung durchführen nach dem vorherigen anstieg und dann weiter ansteigen solange wir nun über dem 10er und 50er ema notieren ist dann eher mit weiter steigenden kursen zu rechnen zudem könnte es hier zu einer bullischen überschneidung kommen des 10er ema über den 50er ema der grünlinie über die dunkelblaue linie womit dann ein weiteres bullisches signal generiert werden würde was dann dem dax weiteren auftrieb geben könnte für einen weiteren anstieg wäre nun wichtig dass wir hier die obere begrenzung des fallenden trennkanals nach oben zurück erobern wir sind ja hier anfang september immer wieder hier an dieser oberen trennkanal begrenzung nach unten abgeprallt bzw im bereich von 18.650 punkten sollten wir nun nachhaltig nach oben durchbrechen wäre dann ein weiterer hochlauf möglich hier richtung 18.800 punkte ungefähr wo sich dann der nächste wichtige widerstand befinden würde darüber wäre dann die nächste anlaufmarke der bereich von 19.000 punkten und weiterhin gilt solange wir hier über der grünen linie notieren oder weitgehend über der grünen linie notieren dem 10er ema ist dann kurzfristig mit weiter steigenden kursen zu rechnen wir machen dann weiter mit dem stunden chart im dax da konnten wir die ich im oku-wolke bereits nach oben durchbrechen und damit ein bullisches signal generieren auch im stunden chart hat die ich im oku-wolke eine hohe bedeutung wie man auch hier an der vergangenheit bereits erkennen kann wo wir hier bis anfang september über der ich im oku-wolke immer weiter ansteigen konnten bevor es dann hier am dritten september zu einem durchbruch nach unten gekommen ist bevor dann am 11 september die ich im oku-wolke wieder nach oben durchbrochen wurde und dann auch hier am vortag nach unten bestätigt wurde wir sind dann hier direkt an der oberen begrenzung der ich im oku-wolke im stunden chart wieder nach oben abgeprallt und solange wir nun hier über diesen bereich von 18.350 18.300 punkte ungefähr notieren ist dann eher mit weiter steigenden kursen zu rechnen wie man sieht hat sich die lage hier also deutlich aufgehält und man sollte sich nun erstmal nicht gegen den trend stellen möglicherweise kommt es noch im oktober zu einem weiteren tief das bedeutet wir haben ja einfach eine erholung vorliegen in der extension und es geht dann doch noch mal runter im oktober aber solange die es nicht der fall ist solange wieder keine bestätigung bekommen auf technischer seite muss man dann eben mit weiter steigenden kursen rechnen zumal der dax hier auf der unterseite wie man sieht auch gut abgesichert ist und nun werfen wir einen blick auf den s&p 500 denn auch in den usa übernehmen die bullen aktuell das ruder im hier vorliegenden vier stunden chart für den s&p 500 sind wir über die ich im oku-wicke nach oben ausgebrochen es hat hier zudem eine bullische überschneidung gegeben des 10 ema über den 50 ema der hellblauen linie über die dunkelblaue linie und außerdem hat sich hier die ich im oku-wolke nach unten ausgedehnt und nach dem durchbruch nach oben bietet diese nun hier eine gute unterstützung und heute zudem an dass langfristig er wenigstens im vier stunden chart hier mit eher weiter steigenden kursen zu rechnen ist es gilt natürlich auch hier solange nun die ich im oku-wolke nicht mehr von oben nach unten durchbrochen wird sind eher weiter steigende kurse zu erwarten und durch die massivität hier unten der ich im oku-wolke durch die sich nach unten ausdehnende ich im oku-wolke ist es aktuell eher unwahrscheinlich dass wir hier direkt wieder nach unten durchbrechen in der regel ist es so dass sich aktien oder indizes dann immer die dünnere stelle aussuchen bei der ich im oku-wolke bevor es dann hier zu einem durchbruch kommt das ist natürlich nicht immer der fall wie man das hier anfang september sieht wo wir trotz der etwas dickeren ich im oku-wolke hier nach unten durchgebrochen sind allerdings gilt dazu beachten dass wir da bereits einen längeren anstieg hinter uns hatten und hier eine seitwärtsbewegung eine top bildung durchgeführt haben und dann nach unten durchgebrochen sind ich hätte aber auch da erwartet dass wir dann höchstwahrscheinlich noch etwas mehr zeit in anspruch nehmen und dann hier diese dünnere ich im oku-wolke zum durchbruch nach unten nutzen werden das war dann nicht der fall wir sind dann direkt nach unten durchgebrochen konnten uns dann aber hier im bereich von 5400 bis 5450 punkten wieder erholen in diesem bereich dann fangen und dann erneut ansteigen gut über den einzelaktien machen wir weiter mit der lufthansa die im forum nachgefragt wurde und im hintergrund kann man shanghai erkennen dass es hier unter anderem der berühmte flaschenöffner wolkenkratzer das shanghai world financial center die aktie der lufthansa musste hier seit jahres beginn oder seit dezember bereits 2023 deutlich federn lassen befand sich hier im sinkflug und musste abgeben bis in den september hinein wir stehen nun möglicherweise hier vor einem trendwechsel von short of long die ich im oku-wolke die ja die ganzen monate nicht mehr nach oben durchbrochen wurde und damit wo auch angekündigt wurde dass sich die aktie vor einem weiteren kurs rückgang befindet hat sich hier nun in zukunft deutlich ausgedünnt und es könnte nun zu einem bullischen durchbruch hier nach oben kommen worauf auch die bullische überschneidung hindeutet des 10 emas über den 50 ema die hier kurz bevor steht und sollten wir aus der ich im oku-wolke nach oben ausbrechen wonach es derzeit aussieht dann dürfte die aktie der lufthansa vor einem längerfristigen steigflug stehen wir machen dann weiter mit der aktie von nvidia die sich ja hier in einem langfristigen aufwärtstrend befindet auch hier übrigens wieder klar über der ich im oku-wolke notiert hat und solange die nicht nach unten durchbrochen wurde hätte man einfach weiter long gehen können es kam dann zwar hier ende juli zu einem ausbruch aus der ich im oku-wolke nach unten aber dann in der folge zu einer weiteren seitwärtsbewegung und nun am vortag sind wir hier direkt wieder nach oben durchgebrochen das bedeutet es wurde ein neues long signal generiert und solange wir nun ungefähr hier den bereich von 100 dollar ungefähr oder etwas tiefer den bereich etwas unter dem 200 ema der aktuell bei 94 dollar 30 notiert nicht mehr nachhaltig unterschreiten ist dann eher mit weiter steigenden kursen oder wieder steigenden kursen und einer fortsetzung des langfristigen aufwärts trends zu rechnen dann kommen wir zu einer weiteren aktie die im forum nachgefragt wurde nämlich zu violia die hier sich in einer langfristigen seitwärtsbewegung befindet und da kann man sehen dass man hier im bereich von 27 euro 44 27 euro 40 in diesem bereich ungefähr immer wieder long positionen nicht eingehen können wir sind ja immer wieder nach oben abgeprallt bevor es dann zu einem weiteren hochlauf kam hier zum widerstandsbereich um 30 euro ungefähr wo die aktie dann in der folge wieder nach unten abgeprallt ist bei dieser seitwärtsbewegung rückte ich im oku wolke in den hintergrund die es eher wichtig für trend verläufe bei seitwärtsphasen hat die keine so hohe bedeutung und es bietet sich weiterhin an dass man hier ungefähr im bereich von 30 euro er schaut positionen eröffnet beziehungsweise long positionen verkauft und diese dann bei einem erneuten rücklauf hier im bereich von 27 euro 40 27 euro 50 so um den dreh wieder eingeht gut und letztendlich kommen wir dann zu einer kryptowährung nämlich der währung solana wir befinden uns hier in einem abwärtstrend seit dem verlauf hoch ungefähr bei 194 dollar 30 haben aber hier die unterstützung im bereich von 121 dollar 40 erreicht und sind hier immer wieder nach oben abgeprallt diese unterstützung gilt bereits hier seit dem dezember 2023 zunächst als widerstand und dann nach dem durchbruch nach oben als unterstützung die wurde immer wieder bestätigt und auch hier in der vorherigen korrektur sind wir anfang september hier wieder nach oben abgeprallt und könnten nun vor allem erneuten hochlauf stehen und dann zunächst hier den bereich von 161 dollar ungefähr an laufen geht es weiter höher wäre dann wie bereits zuvor mit einem weiteren hochlauf hier in den bereich von 188 bis 190 dollar zu rechnen solange wir diesen unterstützungs bereich um 121 dollar nicht nachhaltig nach unten durchbrechen ist dann eher mit weiter steigenden kursen oder wieder steigenden kursen zu rechnen der wert könnte nun also eher vor einem weiteren hochlauf stehen wir werfen noch einen blick auf den saisonalen chart nämlich vom bitcoin solana ist hier leider nicht verzeichnet aufgrund der geringen datenmenge aber bei dem bitcoin ist es so wie bei auch vielen anderen crypto währungen dass wir hier ab ende september vor einem nachhaltigen hochlauf stehen saisonal betrachtet der dann bis ende des jahres ungefähr andauern sollte gut und damit wenn wir dann auch wieder durch für heute mit dem ihren gemarkets morning call ich melde mich dann wieder am montag mit dem ihren gemarkets morning call und dem ihren gemarkets chartflash wünsche ihnen noch viel erfolg im heutigen trading und ein erfolgsames wochenende b und ihr b Untertitelung des ZDF, 2020